Ne. Was? Was? Wer? So, erstmal müssen wir unten rein, ne? Ja. Und hoffen, dass da diesmal die Dings ist. Der Crowbar. Und wenn nicht, dann pick ich dieses Spiel. Chaaaaaarge. Ja, hier ist die Brechstange. Die lag ja letztes Mal auch. Die Frage ist, ob wir die gleich kriegen werden, wenn wir die aufnehmen. Ein Aufnahmegerät. Brechstange. Das kommt letztes Mal auf jeden Fall nicht. Komm, wir haben sie jetzt auch links. Nice. Nice. Das ist gefixt, Alter. Wir können richtig aufzocken jetzt hier. Hinweis? Habt ihr schon einen Hinweis gelesen? Aufgebrochen. Okay, nice. Okay, Storyline beachten, ne? Du weißt? Wow, Ratte. Oh, ich hab einen roten Schlüssel gefunden. Einen roten Schlüssel. Okay, einen roten haben wir. Blauen brauchten wir für unten noch. Oh, was ist hier? Benötig elektrische Leitung, einen Anzünder, einen Gastrang, eine Kugel. Bolzenschneider. Fünf mechanische Teile. Benötig fünf mechanische Teile. Okay. Ach, das ist der Wagenheber. Das hier wird der Wagenheber. Und was ist das hier? Ich schätze hier müssen wir am Ende. Anzünder, Gas, eine Kugel und die elektrische Leitung könnte Bombe sein, ne? Ja. Okay. Okay. Also einer ist der Wagenheber, und einer ist die Bombe. Oh, Wagenheber. Oh, Wagenheber. Oh. Bam. Kann man die wieder mitnehmen? Oh, ne, geht's zur Seite. Schade. Beste. Oh. Oh. Hier liegen ganz viele Metallbahnen und so. I take it. Hinweis hier noch. Noch ein neuer Hinweis. Travel Lock. Noch ein neuer Travel Lock. Mal das angucken, wenn wir unterwegs sind. Ja. Hey. Sperre raus. Let's go. Ne, einer reicht das mal. Oh, und was ist das für ein geiler Raum? Ein grüner Schlüssel. Grüner Schlüssel. Der war ganz unten. Ne, oder wo war der? Ne, der war oben, 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 oben. Úben, oben, oben,ade. Kaustwo, safe, ne? Ja. Kaslar ist offen. So, rate. Oh, 10 Flo Design. Ah, hier ist der Anzünder. Hier ist ein Badezimmer, ohne alles. Also, ist nichts drin, wenn ich ne? Anzünde, ok, nice. Warum hiebst du nicht auf? Ich würde das vielleicht noch sehen, wo er liegt und so. Du hast einen Tisch oder was? Hast du das aufgeregt hier auch? Geht da hängen Hallo? Ja, ich geh zum aufgeregt Achso, ich weiß Ja, ja, ich komm Oder willst du nicht sehen, wie wir die Bomben hier zusammenbauen? Doch Hat bestimmt auch ne geile Animation Ja Nice Toll Alter, das war die fucking krasseste Animation, die ich je gesehen hab Oh, das hat sich echt gelohnt Ihr war richtig gut Das, ähm, ja War richtig gut Okay, wir brauchen einen Freiwilligen, der daneben stehen bleibt und das filmt Er hatte Ja, also ich kenn da nur einen, ne Warte, ich hab echt nicht ganz ein bisschen befürchtet, wenn ich daneben stehen bleibe Aber ich glaub, hier kann man vielleicht stehen bleiben, oder? Weiß ich auch nicht Wo stehst du denn? Okay, jetzt bin der Knaller Warte, ihr ready? Ja Vielleicht sind wir alle tot, was ist, wenn wir alle sterben? Dann ist das Spiel zu Ende Literally, einer muss safe spielen von euch Leg halt an, und wenn da ein Timer kommt, dann... Okay, das ist ein Timer Ich geh weg Holy shit Okay, ich glaub, es wäre ja nichts passiert Sollen das die Teile von dem Kanister sein? Ich glaub schon Sehr hübsch Okay, du hast ganz in Ruhe hier entlooten, okay? Also hier haben wir eine Kiste Hier haben wir Bauplan Lenkrad Wir haben das Lenkrad Nice! Wow Und den Motor Awesome Nice Endlich Und ein Hinweis Mal Bohr Hier ist auch noch ein Hinweis Hier ist noch eine Kiste, die Gute nochmal Hier ist auch noch ein Hinweis Alter Zwei Schrott, zwei Scharniere, zwei Bolzen Alles Kiste Zwei Türen sind noch, die gehen wahrscheinlich nur nach draußen, ne? Ja Äh, blauen Schlüssel haben wir immer noch nicht Was? Den blauen Schlüssel haben wir immer noch nicht Stimmt, ey Lenkrad ermöglicht es dir dein Floß zu drehen, besonders nützlich in Kombination mit deinem Motor Feuerball Keiner gesehen Die Fischgäste ist jetzt kein Fischgäste Was hast du denn gerade weggeworfen? Ich hab auch nichts Ich hab nichts Was hast du denn Was? Was hast du weggeworfen? Gar nichts, okay Ich geh dich gar nichts haben Bau Einfach nur Bau Wasser Hier ist das Steuerrad Äh So, hier Hm, der wird sich aus Weil, kann man das jetzt schon drehen? Ne Braucht man Braucht man doch wahrscheinlich Boah, richtig Was sehe ich jetzt? Ja Leih, wie nice Ja Leih, wie nice Wow, das wird ein Kado schlecht bei, Alter Aber jetzt muss ich mal trotzdem anmerken, ne Also ich finde das geil mit der neuen Form des, des Bootes, ne Ja Ja Aber wenn wir halt jetzt immer gerade ausfahren können, haben wir echt sau wenig einsame Fläche Dann machen wir halt, äh, Multi-Track-Drifting, keine Ahnung Vielleicht, äh, bauen wir noch einen Ausleger dran oder so So 400 Meter links und rechts So 400 Meter links und rechts Lass doch nicht übertreiben Okay Okay, dann 350 Hallo Das ist ja witzig Tust du Holy shit Okay Okay, sag mal an Ich hab ja... Wie, muss ich? Wilde, Schwede Hartes Steuerbord Sag da hart Ist das hart genug? Nein, nein, hart Okay, reicht Was? Was? Alter Die Paris ist leer Hier liest mir die Story und erzähl mal, was da vor sich geht Liest du doch die Story und erzähle, was vor sich geht Du bist hier der Streamer, du musst hier den Unterhaltungswert liefern Ich weiß nicht, ob die Story so unterhaltsam ist, wenn man einfach nur auf den Zettel liest Liest Ja, du musst halt vorlesen und so ein bisschen mit Gefühlen Okay Erste Seite Du bist ein mutiger Pionier Ja, du bist wie so ein Mieter Okay, wie denn? Dein Floß ist dein Zuhause, dein Haken ist dein Freund Seins Ist jemand am Achter? Angern? Ja Soll ich? Nein, noch nicht Tell me why? Äh, when? Tell me why Tell me why Okay, kannst du angern Ja, dein Counter ist wie immer sehr gut Ja, ich wollte noch dichter ran, aber anscheinend sind wir hier schon irgendwo gegen Ah, fuck Tell me why, ain't nothing but a heartbreak Stop it Tell me why Nein Haben wir eigentlich eine, warum haben wir eigentlich immer noch keine fucking Kochstation? Und warum ist es immer noch nicht ausgebaut hier oben, Sing? Weil ich keine Planken habe für einen Ausbau, verstehst du das? Schlechteste 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 Sch Achso, was tue ich? Ich kann mich ja lenken. Ich vergesse mal, dass wir lenken können. Hey, das Schiff! Hat schon einen geilen Faktor mit dem Drehen, das ist schon ziemlich geil. Never ever. Never ever, Alter. Meins. Was ist der Clown, hab ich doch gesehen, ey. Ich hab ne Angeln in der Hand, ja. What? Echt? Ich dachte, das wäre ein Hagel, wo die Truhe dir holen. Wie heißt denn unser neues Mitglied der Familie? Santiago? Santiago. Warum sind das denn alle, sind wir Mexikaner, Spanier oder sowas? Bist du ein Peruaner? Ja, sag ich doch. Das war alles eine Suppe. Den Weg ab, den... Den Tod kann ich mal kurz ein Reviver haben. Ah, du Hopfer, Alter. Echt so blöder Typ. Oh, hier, da geht ein Dings runter. Oh, das ist ja nice. Schockt ja. Deiner Shit. Was? Ja, hier mit dem Ruder. Au, da... Ich bin tot. Please revive. Nice. Wo bist du denn? Habe ich schon. Noch so ein Opfer. Also das mit der... Mit der Yacht war geil, fand ich. Das war cool. Ja. Davon lieben wir mehr von diesem geilen Shit. Nice, nice, nice. Very, was. Vielen Dank.